Warum läufst du vor deinem Schicksal davon? Wieso willst du nicht glücklich sein? Natürlich will ich glücklich sein. Rosalie, du bist eine starke, eine selbstbewusste und wunderschöne Frau. Eine Frau, die ihr Leben in die Hand nehmen sollte. Das Universum hat dir einen Ball zugespielt. Jetzt liegt es an dir zu entscheiden. Ist das deine Zukunft? Oder das? Rosalie, eigentlich ist es doch ganz einfach. Rosalie, ist alles in Ordnung?